Hallo, grüßt euch. Wir sind wieder am Sonntag. Wir sind wieder am Start. Es ist wieder Sonntag. Wir sind wieder am Start. So wollte ich sagen. Also wir sind noch im Verdauungssystem. Wir müssen es noch fertig machen, das Thema. Wir haben noch zwei Abschnitte. Dann sollten wir es, glaube ich, relativ gut abgehandelt haben. Haben die einzelnen schwerwiegenden Erkrankungen angeguckt. Hier bitte auch noch mal, die Liste ist natürlich nicht vollständig. Da kommen natürlich noch so Kleinigkeiten dazu, die man sich mal anschauen sollte. So Reizdarm haben wir noch nicht angesprochen. Aber das ist ja in der Hinsicht eben auch eine Ausschlussdiagnose für uns. Also auch in der Diagnosestellung selber sehr schwierig, weil eben nur nach eingehender fachärztlicher Untersuchung diese Diagnose überhaupt gestellt werden darf. Also somit ist das für uns jetzt nicht unbedingt so im Vordergrund stehend. Gut, was interessiert uns heute? Heute interessieren uns eigentlich so die zwei Haupterkrankungen, die sich im Verdauungssystem abspielen, für die es auch viele, viele Fragen gibt, auf die immer wieder eingegangen wird in diesem Zusammenhang, auch in der schriftlichen, aber natürlich auch in der mündlichen Prüfung. Und zwar gucken wir uns heute an, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Hier die zwei großen zu nennen. Einmal den Morbus Crohn und einmal die Colitis ulcerosa. Die werden immer wieder gerne nebeneinander gestellt, verglichen, so wie ich das auch immer wieder erkläre und sage. Das heißt, dass man hingeht und sagt, okay, welche Symptome sprechen für den Morbus? Welche Symptome sprechen für die Colitis? Und dann muss man sich das eben entsprechend raussuchen oder rausklabüstern. In dem Zusammenhang sollte man das können. Für den schriftlichen Anteil, für den mündlichen Anteil ist es natürlich auch ein bisschen entscheidender, wieder die Symptome interpretieren zu können, um dann eventuell über die Symptomatik und Befundungen einen Hinweis zu bekommen, der eben auf so eine entzündliche Darmerkrankung hinweisen kann. Für beide gilt, denn die haben auch wieder Symptome, die beide natürlich haben. Bauchschmerzen, Durchfall und ein schlechtes Allgemeinbefinden. Also hier müssen wir gucken, das sind jetzt wieder so Sachen, Patient kommt und klagt über. Das wäre jetzt genau so ein Beispiel. Anhaltende Durchfälle, verbunden mit Bauchschmerzen, mit einem schlechten Allgemeinbefinden. Jetzt müsste man sich überlegen, was könnte dahinter stecken. Eben unter anderem natürlich auch infektiöse Gastroenteritiden, aber natürlich auch Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Ursächlich dafür sind in der Regel genetische Faktoren. Es gibt auch exogene Faktoren, also Faktoren, die von außen dazu führen, dass man diese Erkrankungen bekommt. Wir vermuten, wir, es wird vermutet schulmedizinisch, dass auch der hohe Hygienestandard, den wir haben, also die super sauberen Nahrungsmittel, alles wird desinfiziert, alles wird sauber geputzt, alles wird clean gemacht. So dieses klassische Dreckfressen findet ja so nicht mehr statt, mit dazu führt, dass diese Darmstrukturen sich eben nicht mehr so wohl fühlen, weil sie halt eben es eigentlich gewöhnt sind, auch eine gewisse Belastung zu bekommen. Und unsere Ernährung wird auch immer wieder gerne hier in Verbindung gebracht. Bevor jetzt gleich wieder alle aufschreien und für ihren Ernährungstyp sagen, ja genau und wenn du dich so ernährst, wie ich das mache oder glaube, dass es richtig ist, dann ist es super, das ist perfekt und alles andere ist Käse. Langsam, langsam, langsam. Was hier damit gemeint ist mit der Ernährung, ist nicht muss ich jetzt Veganer, Vegetarier sein, Frutarier, da gibt es ja die tollsten Sachen, sondern hier geht es darum, dass wir hochverarbeitete Nahrungsmittel haben. Das heißt hier spricht keiner davon, dass man hingeht und sagt, wenn du Vegetarier bist, also das Fleisch weglässt als Beispiel, dann bekommst du das garantiert nicht. Das ist Käse oder die Chance ist geringer, dass du es nicht bekommst. Das stimmt so nicht. Die Frage, die sich hier eher stellt, ist die Form der Lebensmittel, die zu sich genommen wird. Das heißt also die hohe Verarbeitung, die wir haben, die hohen Anteile an Zusatzstoffen, die zugeführt werden, die hier damit gemeint sind. Weniger Rohkost zu essen, auch Rohkost gehört mit auf unseren, wie sagt man, Ernährungsplan. Genauso wie Obst und Gemüse, also ganz weit weg davon, das zu verteufeln. Aber Fleisch gehört eben genauso dazu. Nicht in den Mengen, wie wir das heute verzehren, da braucht man auch nicht drüber reden, aber es gehört mit auf unseren Speisezettel, so sagt man das ja so schön. Genauso wie Obst und Gemüse, auch als Rohkost. Deswegen, da gibt es ja auch immer so tolle Auswüchse, wo es dann heißt, ja, ist das nicht roh, denn da nimmst du die Vitamine eh nicht auf, so in die Richtung. Da gibt es ja auch immer so tolle Ideen, die man da hat. Das spielt keine Rolle. Der Mix macht es aus. Genau. Dann haben wir die Funktion natürlich. Was ist hier das Problem? Und zwar, es kommt zu einem Verlust der Barrierefunktion, der Darmstruktur mit starke Immunreaktion. Das ist das Problem. Und natürlich, das kennt man ja und das ist ja auch nichts Neues, der größte oder ein großer Anteil unseres Immunsystems ist halt eben genau in diesen Darmstrukturen zu finden. Warum? Auch klar, es ist eine riesen Eintrittspforte. Also es geht hier jetzt auch wieder nicht darum, dass man aus irgendwelchen unerfindlichen Zaubereigründen das da vermutet oder so, sondern nein, das ist eine ganz logische, klare Schlussfolgerung, die auch schulmedizinisch zu 100 Prozent anerkannt ist und klar ist, dass ein großer Anteil unseres Immunsystems im Darm platziert ist. Warum? Durch die Nahrung nehmen wir natürlich genau solche Erreger auf. Gastroenteritiden, Erreger, Bakterien, Dreck, alles was ist, weil eben eigentlich vor vielen 100 Jahren es halt noch nicht so war, dass wir so hochverarbeitete, superhygienische Nahrungsmittel zu uns nehmen. Da hat keiner ein Gewächshaus gehabt, wo die Tomaten drin wuchsen. Da hast du einen Apfel gegessen und wenn da ein Wurm drin war, du hast den halt mitgeessen. Das hat dich jetzt auch nicht geschockt. Oder wenn da ein Stückchen verfault dran war oder so ein bisschen Matsche, dann hast du das halt mitgegessen. Es gab nicht so viel Nahrung, dass du da so super wählerisch sein konntest. Und aus dem Grund hat man hier natürlich naturtechnisch einen sehr hohen Anteil des Immunsystems, um eben dann genau solche Erreger direkt an der Eintrittspforte zu eliminieren. Das ist also mit der Grund. Und jetzt kommt es eben zu diesem Barriereverlust. Also wir haben ja jetzt ein Problem, eben zum Beispiel dadurch, dass unsere Nahrungsmittel eben so clean sind und dieses System halt nicht viel zu tun hat. Und so wie wir im Prinzip bei all unseren Strukturen das Problem immer haben, dass wenn wir sie nicht adäquat benutzen, sie degenerieren. Und das ist so eine Idee, die man hat, warum das dahinter stecken könnte. So, wir fangen an mit dem Morbus Crohn. Hier sieht man auch so ein bisschen Bild, wie das Ganze innen ausschaut. Das ist eine chronische Entzündung. Chronifiziert heißt eben schon wieder über einen längeren Zeitraum hinweg. Und dieses kann jetzt vom Mund bis zum After auftreten. Also vom Mund bis zum Poloch kann ich jetzt diesen Morbus Crohn haben und erst aber zu 80 Prozent, und das ist jetzt eben das Interessante an der Erkrankung, im terminalen Ileum anzufinden. Das heißt also, wer einen Morbus Crohn hat, wird ihn zu 80 Prozent, der kann ihn überall haben, er kann sich auch im ganzen Verdauungstrakt verteilen, aber zu 80 Prozent werden wir ihn grundsätzlich lokalisiert oder Teile davon lokalisiert im terminalen Ileum finden. Ja, warum ist das so bemerkenswert? Jetzt müsste man wieder ein bisschen nachdenken. Ich gebe euch auch wirklich diese kurze Sekunde, dass ihr noch mal kurz in euch gehen könnt, warum das interessant ist. Ich denke, ihr habt es richtig. B12, Vitamin B12 Resorptionsproblematik. Denn wo wird das Vitamin B12 resorbiert, klassischerweise im terminalen Ileum. Und wenn der chronisch entzündet ist, genau dieser Abschnitt, also das Endstück des Dünndarms, dort wo es dann in den Dickdarm hineingeht, dann kommt es jetzt ebenfalls zu einer B12-Mangelanämie mit den klassischen Symptomen der makrozytären Hyperchromen-Anämieformen, also Veränderung der Erythrozyten, mit MCV erhöht und MCH erhöht, Hämoglobin erhöht und Volumen erhöht. Das sind jetzt genau diese Probleme, die hier in diesem Zusammenhang mit dem Morbus Crohn auftreten. Symptome sind eben diese Wandschichten des Darms, die entzündet sind und zwar alle. Die Bildung bindegeweblicher Vernarbungen mit Einengung des Darmblumens, das heißt dadurch, wo jetzt die Entzündung ist, wuchert jetzt das Gewebe so ein bisschen auf und dadurch wird dieser Durchmesser von unserem Dünndarm natürlich dünner. Was dann wieder zu so einem Passagehindernis führt. Die Erkrankung verläuft dann eben in Schüben mit Durchfall drei bis sechs Mal pro Woche, das Ganze ist, äh pro Woche, pro Tag. Und das Ganze ist natürlich mit Bauchkrämpfen verbunden. Also das ist auch wieder so ein Input, den man wahrnehmen muss. Heißt, wenn jemand zu euch kommt, sagt man, ja Durchfall, und er sagt, man fragt ihn dann so, sagt, ja okay, wie ist das so, läuft das einfach Durchfall oder ist das schon sehr schmerzhaft? Und er sagt, nö, das ist eigentlich noch relativ chillig, aber es ist halt einfach Durchfall, aber es ist halt nervig. So, dann können wir davon schon relativ gut ausgehen, dass das nicht das Problem sein wird. Denn der Morbus Crohn geht immer mit diesen Bauchkrämpfen einher. Das heißt, der Stuhlgang ist schmerzhaft, das ist unangenehm, das tut weh, das ist kein Spaß. Die Patienten sind halt in dem Moment richtig krank. Die Diagnostik ist dann eben so eine Darmverdickung, die man dann eventuell tasten kann. Also da kann man dann abtasten, den Oberkörper, Oberbauch. Und dort kann man eventuell dann diese Struktur tasten. Immer überlegen, wo müsste ich das dann am ehesten finden? Terminales Ileum, also rechts unterer Quadrant, dort im Bereich des Appendix. Haut, Augen, Gelenke und Lebererkrankungen können als Begleiterkrankungen auftreten. Das heißt, es gibt zu dieser Darmproblematik dann noch Nebensymptome, die man eben an der Haut, Begleit, Dermatitis zum Beispiel, Augen, Gelenken und Lebererkrankungen feststellen kann. Koloskopie, Röntgenkontrastbild, das sind die diagnostischen Maßnahmen, die hier durchzuführen sind. Die können wir nicht leisten, sondern das muss dann ein Facharzt, Schulmediziner machen, dass hier die Koloskopie durchgeführt wird. Bei einem akuten Schub immer auch an die Appendizitis denken. Warum? Wir haben es gerade gesagt, 80 Prozent der Phänomene lokalisieren sich oder die Krankheit lokalisiert sich am terminalen Ileum, Eingang in den Dickdarm. Dort befindet sich auch unser Appendix als Anhang des Blinddarms, sprich des Dickdarms, der aufsteigt, also des Kolonnaszendenz und dort haben wir natürlich auch überwiegend diese Probleme dann lokalisiert. Heißt hier auch wieder bei der Betastung vorsichtig sein. Wir hatten es im letzten Video bei einer Appendizitis auch vorsichtig mit der Tasterei sein. Das Ding kann perforieren und wäre als Komplikation bei dieser Erkrankung möglich. Deswegen muss ich davon ausgehen und entsprechend adäquat das Ganze vorsichtig durchführen, um hier keine Gefährdung des Patienten zu bekommen. Wie wird es therapiert? Solange wie möglich konservativ, kost wie auch immer. Man guckt halt, dass man keine Medikamente geben muss. Es besteht auch der Wille dazu. Also das muss man auch hier nochmal, ich werde nicht müde es immer wieder zu sagen. Der Schulmediziner, der klassische Schulmediziner hat keine große Intention euch einen Haufen Medikamente zu verordnen. Also diese Argumentation, ja der ist dann Pharma und die stecken unter einer Decke. Bullshit, die stecken nicht unter einer Decke, der verdient überhaupt nichts dran. Der schreibt ein Rezept aus, du rennst in die Apotheke, holst das Zeug, bezahlst das und fertig. Verdient die Pharmafirma, der Apotheker, der Arzt hat da nichts davon. Dem ist es ja auch, der ist ja auch froh, je weniger Medikamente du nehmen musst, weil umso weniger muss er beachten, umso weniger Nebenwirkungen oder auch Begleiterscheinungen gibt es. Also so lange wie möglich konservativ. Im akuten Schub gibt es dann natürlich Cortisone. Wir müssen unser Immunsystem wieder dämpfen. Wir müssen gegen diese überschießende Immunreaktion vorgehen. Nach 30 Prozent haben dann, also 30 Prozent der Patienten bekommen nach einer gewissen Zeit so eine Laktoseintoleranz. Die kommt dann einfach noch dazu, weil eben dieses Enzym dann nicht mehr da ist, dass diese Laktose aufspalten kann, dass wir sie verdauern können und wenn es langwierig oder schwer wird, dann kommt man halt um eine OP in der Regel nicht drum rum, um auch dann eine Entartung vorzubeugen. Denn wir sind bei einer, da steht es jetzt nicht mehr, aber wir wissen es, chronischen Darmentzündung. Wir haben ja gelernt, wenn eine Struktur chronisch entzündet ist und zwar alle Wandschichten, dann muss ich immer davon ausgehen, dass irgendwann diese Strukturen entarten bei einer Reproduktion, also wenn die Zellen sich vermehren und kopieren, ob bei der Kopiererei zu Fehlern kommt, durch diese dauerhafte langwierige Entzündung und jetzt das Problem auftritt, dass es dann eben zu einem Karzinom werden kann und das wäre natürlich fatal, denn Darmkrebs ist meistens auch in dem Rahmen tödlich, wenn es eben nicht operiert wird, der Darm rausgeschnitten wird und dann sind wir meistens im Bereich künstlichen Darmausgang und das ist auch kein Spaß. Welche Komplikationen können entstehen? Genau diese Geschichten jetzt, das heißt also eine Stenose könnte entstehen durch die Einengung des Lumens, dann haben wir Perforationen, das heißt der Darm kann platzen. Dann haben wir genau das gleiche Problem wie bei der Appendizitis. Überlegt nochmal, klar vom Mund bis zum After überall, aber der größte Abschnitt ist unser Dünndarm, in welchem Zustand befindet sich hier unser Darminhalt, heißt auch hier ergießt sich alles in so einen Bauchraum hinein, führt dann eben zum akuten Abdomen, der Ileus durch die Stenose eben, Blutungen, Abszesse, Fisteln. Abszesse sind dann eben eiterliche Eideransammlungen, die also dicke Blasen geben und die Fisteln, das ist hier auch sehr typisch, durch das das eben alle Wandschichten betroffen sind, bilden sich jetzt Gänge. Diese Fistelgänge können eben zum Beispiel in die Blase hineinreichen, sie können neben dem After einen zweiten Ausgang bilden, sie können in die Scheide hineinwachsen, bei den Damen zum Beispiel und führen dann natürlich zu entsprechenden Begleitphänomenen oder Symptomen, wie eben zum Beispiel Harnwegsinfekte, Ausfluss und solchen Geschichten, die eben bedingt sind durch den Code, durch den Inhalt des Darms, der jetzt über diesen Fistelgang in diese Strukturen hineinfließen kann. Der Verlauf ist nicht so cool, denn wir haben eine hohe Rezidivhiste, also eine hohe wiederkehrende Problematik. Nach einer Sanierung tritt das in der Regel immer wieder mal auf. Im Alter nehmen dann die Schübe entsprechend ab. Bislang ist das Ganze nicht heilbar, das heißt also wir können nur in der Form therapieren, wie wir es hatten. Konservativ, Kostumstellung, Ordnungstherapie, solche Geschichten, dann eben entsprechende Operationen und dann halt hoffen, dass das Ganze durch Glucocorticoidgabe, Cortisongabe abflacht, beziehungsweise die Schübe eben geringer sind. So, im Vergleich dazu sind wir jetzt bei der Colitis. Ihr habt auch so ein kleines Bild, ihr seht schon, das sieht etwas anders aus und jetzt haben wir eine Darmentzündung, die im Rektum beginnt und langsam Richtung Dünndarm fortschreitet. Also das ist jetzt der Unterschied. Nochmal überlegen, Morbus Crohn war die Geschichte, vom Mund bis zum After überwiegend Terminalis Ileum, Colitis ulcerosa, die beginnt jetzt am After, also im Rektum und schreitet langsam weiter fort, also sprich, in der Sigmuit hoch, dann eben den Aszendent, eigentlich den Deszendent, Transversum, Aszendent, Sort wandert es quasi im Rückwärtsgang Richtung Bauhinche Klappe. Die Entzündung ist im Gegensatz zur Colitis, nein, im Vergleich zur Morbus Crohn, Morbus Crohn waren alle Schichten entzündet, deswegen auch der Fistelgang, weil alle drei Schichten durchbrechen und sich jetzt der Fistelgang bildet. Bei der Colitis ist es auf die Schleimhaut und Submucosa begrenzt. Und in der Submucosa wissen wir, da laufen ja unsere Gefäße und deswegen haben wir hier auch blutigen Stuhl, den wir bei der Morbus Crohn Geschichte nicht haben. Häufiger Frauen als Männer betroffen und es kommt hier eben auch wieder zu so einem erhöhten Entartungsrisiko, das heißt also Krebs ist hier immer relativ schnell dabei, wenn es eben zu irgendwelchen Veränderungen kommt. Akuter und schneller wie bei der Morbus Crohn Problematik. Die Durchfälle sind dann eben schleimig blutig, so wie ich es schon gesagt habe, bedingt durch die Entzündung der oberflächlichen Strukturen und weil das so flächig ist, bis zu 30 Mal pro Tag. Überlegt nochmal, das andere waren so drei bis fünf Entleerungen am Tag unter Bauchschmerzen. Hier haben wir 30 Entleerungen, also bis zu 30 Entleerungen, das ist eine andere Hausnummer. Also da kriegt man schon relativ gut raus, in welche Richtung läuft das, Colitis oder Morbus Crohn. Bei Morbus Crohn hatten wir dann noch diese keine Blutgeschichten, hier haben wir das dann mit Blut. Kolikartig, krampfhafte Schmerzen sind hier auch dabei. Heißt also wieder, wenn wir diese kolikartigen, krampfhaften Probleme nicht haben, sind wir bei den beiden Krankheiten schon mal wieder relativ sicher raus. Bei schweren Verläufen kommt eben jetzt noch viel Übelkeit, Gewichtsabnahme dazu. Gewichtsabnahme, klar, Malassimilationsproblematik. Die Patienten werden auch relativ wenig essen, weil natürlich diese Sache nichts Angenehmes ist und sie dadurch im Prinzip durch die geringere Nahrungsaufnahme versuchen, den Stuhlgang, also die Frequenz zu reduzieren, weil wenn sie weniger essen, müssen sie weniger auf die Toilette. Diagnostik ebenfalls wieder, Koloskopie und Röntgenaufnahme, die können wir nicht leisten, muss eben der Facharzt dann durchführen. Für uns eben nur die Möglichkeit der Verdachtsdiagnose. Komplikationen, wer dieses toxische Megakolon mit hohem Fieber, das heißt jetzt wird der Bauch so aufgetrieben und die Flüssigkeit tritt aus, weil eben diese Entzündung jetzt so massiv ist, auf so ein großes Areal sich ausbreitet, dass jetzt eben zu so einer Art Exikose kommt, das Megakolon, also der Darm schwillt auf wie die Sau und jetzt haben wir eben so eine Schockproblematik, die sich dann in einem absoluten Notfall eben darstellt, zu erkennen über den Schockindex, Blutdruckmessung, Pulsmessung und dann kann man sich das wieder ausrechnen. Genau, wie wird das Ganze therapiert? Ja, wieder genauso symptomatisch. Im akuten Schub gibt es wieder Glucocorticoide, also wir haben auch hier kaum Möglichkeiten, akut was wirklich dagegen zu tun. Auch hier häufige Laktoseintoleranzen, die sich dann im weiteren Verlauf daraus entwickeln. Ballaststoffreiche Diäten führen in der Regel zur Verschlechterung. Also das ist auch nochmal so ein wichtiger Hinweis, wo man immer wieder mal guckt, in der mündlichen zum Beispiel, ja, was würden Sie dem Patienten bei einer diagnostizierten Colitis denn als Nahrungs-, also als Diät empfehlen, ja, Vollkorn, Ballaststoffreich und, 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 und. Nee, ist in dem Fall gar nicht so gut, weil ja diese entzündeten Strukturen dadurch jetzt noch mehr gereizt werden. Also dieses, was man sich so vorstellen könnte, dass das vielleicht das so ein bisschen abschilfert und das Ganze ein bisschen, ja, durchputzt oder so, dass das ein bisschen besser wird, ist eben hier nicht der Fall, sondern es wird dadurch in der Regel eben eigentlich noch verschlechtert. Im äußersten Fall kommt es eben zur Entfernung dieses gesamten Dickdarmstrukturanteils, denn grundsätzlich haben wir hier ja nur eine Resorption der Flüssigkeiten. Nährstoffe wurden ja schon im Dünndarm bereits resorbiert, das heißt also es gibt da einen künstlichen Ausgang oder sowas und da muss man gucken, Flüssigkeitssubstitutionen entsprechend dann erhöhen, aber das ist halt eben das Problem an der Geschichte. Wenn wir es jetzt nochmal gegenüberstellen, die beiden Erkrankungen, uns anschauen, wo sind die Unterschiede, ne, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Lokalisation, Symptome und Komplikationen. Hier noch ein Tipp von mir, ihr wisst ja, ich habe das Problem mit den Bildern, das ist immer so eine Sache, guckt bitte ins Buch, das, das ich euch empfohlen habe, ihr wisst alle, ich will nicht groß erzählen, wie es heißt, ich habe es oft genug erwähnt, das Dicke, das weiß dann wahrscheinlich jeder, welches ich meine, dort habt ihr so ein schönes Bild drin, wo eben das nochmal verglichen wird, auch was die Schichten anbelangt, also dass wir eben hier genau bei Morbus Crohn die Problematik haben, dass alle Wandschichten betroffen sind und es jetzt eben zu diesem Fistelgangbildung oder zum Abszess kommen kann, was wir uns dann jetzt im nächsten Video anschauen. Und bei der Colitis ulcerosa seht ihr eben, dass nur die oberflächlichen Hautschichten, also nicht Hautschichten, sondern Schleimhaut, also Mucosa und Submucosa betroffen sind, was dann auch logisch macht, dass es hier zu massiven Blutungen kommt, weil es flächenhaft betroffen ist und in der Submucosa eben genau unsere Blutgefäße verlaufen, die dann eben Bluten und unseren Stuhl mit Blut vermischen und somit dieser schleimige, blutige Durchfall entsteht. Genau. Also nochmal zur Lokalisation. Der Morbus Crohn, abschnittweise Befall vom letzten Abschnitt des Ileums, Terminales Ileum, mit Übergang zum Dickdarm. Selten wird der gesamte Magen-Darm-Trakt befallen, aber vom Mund bis zum After kann es auftreten. Colon, Colitis, so habe es ich mir nämlich gemerkt, Morbus Crohn, Colitis, wo ist es lokalisiert? Colitis, Colon im Colon im Dickdarm. Also muss das andere vom Mund bis zum After sein, so habe es ich mir halt gemerkt. Beginn im Rektum und jetzt breitet sich das eben vom Rektum kontinuierlich aus, Richtung eben proximal, äußerst selten bis zum Ileum, aber eben bis zum Aufsteigenast, das definitiv schon. Symptome, hier hatten wir drei bis vier Entleerungen, beides war mit Schmerzen, hier hatten wir keine Blutauflagerungen. Gewichtsverlust, auch wieder natürlich Resorptionsstörungen, abdominelle Schmerzen, hier rechter Unterbauch vorwiegend. Deswegen nicht verwechseln, Appendizitis, immer als Differenzialdiagnose hier im Kopf behalten. Hier rechts, man könnte eventuell auch die Verdickung tasten. Denkt nochmal dran, durch die Schwellung, durch die Entzündung schwillt es an, wechselt ein bisschen zu. Verschluss, also ein Ileus könnte dadurch entstehen, mechanischer Ileus, diese drei bis sechs Durchfälle pro Tag, selten eben blutig, weil alle Schichten betroffen sind. Komplikationen, hier aber Abszess und Fistelgang. Fistel, Fissuren, Abszesse, genau häufig schuhweise Verlauf, ohne eben eine richtige Ausheilung. So, wie sieht es bei der Kolitis aus? Hier bis zu 30 blutig schleimige Durchfälle, weil eben diese ganze Struktur so pflasterartig entzündet ist. Auch abdominale Schmerzen natürlich. Resorptionsstörungen, überlegen wir mal, hauptsächlich links, selten Gewichtsverlust. Warum? Wir sind im Dickdarm. Die Resorption findet im Dünndarm statt. Und die ist hier schon abgeschlossen. Hier sind wir im Dickdarm. Hier geht es eher dann vielleicht in so Richtung Exsikose, viel Durst, weil er Flüssigkeit jetzt verliert. Hier ist der Dünndarm betroffen. Hier werden keine Nährstoffe mehr resorbiert. Hier werden die Nährstoffe im Dünndarm nach wie vor resorbiert. Eventuell Fieber, extra intestinale Manifestationen. Also da gibt es dann noch so äußere Geschichten. Also eben, das hatten wir ja mit eben Auge, Leber, Haut und solche Geschichten. Und Darmkrämpfe. Die Komplikationen, die jetzt entstehen können, hier die Stenosen durch diese Einwachsung, Veränderung dieses Darmlumens, hatten wir es ja. Fistelgang, natürlich. Jetzt kommt es darauf an, wo die Fistel hingewachsen ist. Harnwegsinfekt, Ausflussscheide, Bauchraum, solche Geschichten. Zweiten Fistelausgang, also ein Ausgang am After, irgendwo in diese Richtung hin. Malabsorption mit Gewichtsverlust hatten wir schon. Diese Tumore, die entstehen können, hier hatten wir eben die Entartung, die war hier aber noch größer. Konglomerat-Tumore sind so Tumore, die sich so um diese Struktur herumbilden. Hier kann es wirklich eben ein Dickdarmkarzinom geben. Deswegen das ein bisschen kritischer in der Geschichte. Perforation und diese böseartige Entartung. Bei der Colitis, Ulzeration mit Blutung, hatten wir. Abszesse können hier auch passieren. Dieses toxische Megakolon mit Schocksymptomatik, Notfall. Ja, hier eben über eine Schock, also Blutdruckmessung und Pulsmessung zu diagnostizieren. Stark erhöhte Dickdarmkarzinom-Risikogeschichte. Das heißt also, bei der Colitis ist die tumoröse Entartungsgefahr erhöht. Gut, das soll es dann für den heutigen Teil gewesen sein. Ich weiß, wir machen jetzt immer schöne kleine Häppchen, aber ich denke, das ist auch in eurem Interesse, einfach weil ihr auch das aufarbeiten müsst. Ich habe es jetzt wieder in einer anderen Schule gehabt, wo ich unterrichtet habe, dass es wirklich, ich weiß gar nicht, das soll ja nicht so oberlehrerhaft klingen. Ich will ja ein netter Kerl, ich bin ja ein netter Kerl. Also ich will euch ja hier auch nicht verschrecken oder sowas. Aber ihr müsst die Sachen echt lernen. Also ich hatte jetzt in einer anderen Schule, hatte ich auch unterrichtet zu einem anderen Thema und da haben wir vorher die Anatomie besprochen. Jetzt geht es dann langsam in die Pathologie. Wir haben noch Untersuchungstechniken gehabt. Und man hat halt schon gemerkt, dass halt viele, ja, habe ich gehört, habe ich im Unterricht mitbekommen, aber so richtig nochmal angeguckt und intensiviert gelernt, haben es die wenigsten. Also da muss ich wirklich nochmal an eure Vernunft appellieren. Ihr müsst die Sachen wirklich nochmal lernen. Wenn ihr euch nicht sicher seid mit den Schichten des Darms, das ist jetzt hier relativ einfach. Guckt euch das nochmal an. Wo ist das Ileum, wo ist das Jejunum, wo ist das Dudenum, wo ist der Aszendenz, Deszendenz und so weiter. Diese Strukturen müssen euch einfach gängig sein und müssen sitzen. Also hier bitte wirklich kleinere Happen machen. Lieber, so wie jetzt, kleinere Happen, zwei Krankheiten anschauen. Alles ist cool. Die nochmal richtig durchgehen, richtig durcharbeiten. Symptome. Guckt euch ein paar Bilder bei Google Bilder an. Schaut mal, ob ihr auf YouTube auch noch ein anderes Video dazu findet. Zieht euch das rein und dann kriegt ihr das auch gut in den Kopf hinein. Und werdet es dann auch entsprechend nicht vergessen. Beziehungsweise bekommt dann auch genügend Input, um in der Prüfungssituation auch alles zu wissen, was die hier von euch wissen wollen. Alles klar, das soll es für heute gewesen sein. Wir machen nächstes Mal weiter mit Erkrankungen der Analregion. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis nächsten Sonntag. Ciao.